Absolventen von JBC gehen in der Regel in eine Richtung, in der sie schon einen Schwerpunkt während des Studiums hatten. Also Bewegtbild, TV, vielleicht auch Moderation. Die Absolventen gehen dann tendenziell zum einen natürlich in Redaktionen, in TV-Redaktionen, aber sehr viel stärker inzwischen, das beobachte ich sehr klar, auch in Agenturen, in Unternehmen selber, die Bewegtbild brauchen und auch zu freien Produktionsfirmen. Also da ist die Bandbreite enorm groß. Bewegtbild, Video, TV ist sehr gefragt, auch natürlich für Social Media Einsatz und deshalb eben auch in Unternehmen, in Agenturen und auch in freien Produktionsfirmen. In der Digitalisierung steckt die ganz große Chance, mit eigenen Mitteln und eigenem Tun etwas zu schaffen. Das ist von der ersten Themenidee über den Dreh, den Schnitt und ich kann es sogar auch selbst veröffentlichen, wenn ich möchte. Ich kann meinen eigenen Kanal bespielen oder aber ich kann zuliefern für andere digitale Kanäle und darin liegt die ganz große Chance und der ganz große Spaß letztlich an der Digitalisierung.